Hallihallo, wir haben heute Tag Nummer 13 und wir haben Wichtelpost. Der Lasse schreibt, dass es ihm wieder viel besser geht und ob der Junior ihn vielleicht ein bis zwei Zapfen besorgen kann. Also schauen wir mal ob wir das hinbekommen. Dann haben wir hier hinten ein paar Bäumchen. Die sind ja hier innerhalb kürzester Zeit gewachsen und der Lasse hat wohl Waffeln gegessen. Sieht echt lecker aus. Hätte ich jetzt auch Lust drauf. Ansonsten schauen wir mal was hier noch so Neues ist. Aber ansonsten ist hier wirklich alles beim alten Schnecki. Selbst Schnecki sitzt am selben Platz. Was ist denn hier los? Klamotten liegen hier auch noch rum. Der Baum hat sich noch lange erholt heute. Aber ist ja auch nicht wild. Das sei ihm gegönnt. Er hat ja bald viel viel Stress. Ausgetobt hat der Lasse sich heute am Weihnachtsbaum. Und zwar hat er einen Windelbaum daraus gemacht und fand das wieder ganz schön lustig glaube ich. Ja das war's für heute. Ich hoffe das Video hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüß!